Die Yankees 2, Baltimore 0. 0 of 1 1 and 2 Well, that's the pitch you want, for the dribble ball, that two scenes fast ball, at the bottom of the strike zone, Jess could not quite catch the play, but it was fun to the right side Ah, ein Two-Seamer, natürlich geiler Ball. Oh, guckt er, hat er Gott gedankt. Ja gut, das kann man ja auch mal machen. Wenn man schon so viel Geld verdient, kann man auch mal Gott danken. Scheiße. Mark Reynolds ist wieder dran. Schade. Erster Strike, ein Aus. Strike 2. Strike 2. Strike 2. Er hat 2 Pizzer in der Major League. Derrick Lee! Sehr schön. Ach, schon wieder, ey. Och, Mann, ey. Das mag ich ja normalerweise nicht so gerne. So mehrere wirft wir hintereinander die gleichen. Weil da gewöhnen sich die Spieler dran, ist klar. Wenn er jetzt nochmal was macht. Ja, ist klar. Aber ich probier's mal aus. Und wenn, dann ist er dran schuld. Schade. Warte mal gucken, mal gucken. Ah, ein Fassball. Dem geben wir doch jetzt mal schön. Wenn's klappt. Nein! Oh, kacke, ey. Fuck die Wand an, ey. Oh, kacke. Na gut. Zwei, eins. Scheiße, ey. Scheiße. Boah, jetzt aber hin, da hin, 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 hin. Ja. Geht doch, ey. Kack die Wand an, ey. Puh, das wird jetzt doch spannend. Aber ich darf mir jetzt nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen, der. Weil sonst... bringt das nichts. Oh. 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 Der streut aber richtig den Bälle. Oh, was's los? Oh? Ah, ein neuer. Ein neuer Pitcher. Sehr schön. Brad Gartner hat heute glaube ich schon das zweite Mal jetzt, dass er fast einen Home Run geschlagen hätte. Boah, viele Bälle da drauf gehen, ne. Schade. Man, jetzt kommt immer die Sonne, aber richtig. Jetzt muss ich mich ein bisschen mal anders setzen. Ein bisschen mit dem Stuhl rumrutschen. Rutschen. Ja, den wollen wir nicht angucken, den weiß ich. Alex, komm. Du, haust jetzt nochmal einmal den Ball schön über die Mauer. Ah, schon ein bisschen dreckig an der Seite. Alles wieder waschen. Kacke, ey. Was soll das denn jetzt auf einmal, ey? Alex, hast du ja Bock auf ein bisschen Geld? Kriegst du ja ein bisschen was? Full Count. Boah, jetzt aber. Komm, sagen wir, kriegst 52.000. Guck mal, jetzt macht das. Guck mal, jetzt macht das. Der kann man, der kann man nur mit Geld kann man dem, äh, gut kommen. So, Mark. Und du kriegst noch ein bisschen mehr Geld. Der hat echt gute Leistung gezeigt. Reicht ja für eine Woche für dich, oder? Kriegst du mal ein bisschen mehr. Nein. Ach, gefangenen Scheiß. Ah, okay. Und ich hab mich schon drauf eingestellt. Oh, geil. So. Ah, jetzt Konzentration, ey. Okay. Sehr schön. Ich hab' den Ball hinter den Pinchern. Nochmal ein. Den hab ich extra sogar geworfen. Sehr schön. Erst aus. Wer kommt jetzt? Oh, JJ Hardy ist ausgewechselt. Ja, jetzt holen sie nochmal die Powerbatter raus, ey. Oh. Schade. Wir wollen jetzt unbedingt, wollen die jetzt, ähm, noch ein Fünftiger machen oder zwei. Sehr schön, Brad. Cool. Zwei aus. Jetzt fehlt nur noch einer. So, wir bringen es jetzt rein. Harris. Hammer. Alle aufstehen, komm. Ein bisschen anfeuern. Mein Gott, ich hab' überhaupt keine Motivation. Boah, jetzt noch einer. Puh. Mal Konzentration. Boah, ich kack die Wand an. Ist mir ja aufgeregt. Nein. Den hat er, den Herrler. Komm, 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 komm. Ja. Geht doch. Sehr schön. 2-1 gewonnen. Boah, das war ein spannendes Spiel. Jetzt lege ich mir mal eine Seite. Dann werde ich beim nächsten Mal dann bei der Aufnahme wieder drin vorlesen. Sehr schön. So gehört sich das. Aber sie enden nur mit zwei über die Flasche. Aber die Fischung hält sich. Oh, erst mal noch was trinken. Hey, sonst. Dann trocken wir die Gantt aus. Ah, Play of the Game? Mal gucken. Marc Teixeira. Ja gut, der hat auch wirklich sehr schön geschlagen. Doch. Aber leider zeigt man sowas nicht. Okay. Wann haben wir denn? Das Pressbook wieder. Die schönsten Bilder. 41. Mal gucken. Teil 1. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Das auch nicht. Das... Augen zu. Hallo? Der hat Augen zu. Das sieht gut aus. Das auch nicht. Das auch nicht. Das sieht auch nicht gut aus. 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 Das sieht okay aus. Das sieht okay aus. Das sieht geil aus. Nein. 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 Das sieht geil aus. Das sieht okay aus. Das sieht okay aus. Das sieht so gut. Was macht der denn? Das ist ein Spielertod. Guck mal, der ist tot. Mein Gott. Okay, muss weitermachen. Sehr schön. Sehr schön. Nicht schlecht. 32, 41. Okay. Oh, da kommt man ganz verbissen. Ich hau dir einen auf die Schnauze. Okay, das geht alles. Okay. So, rollt jetzt wieder die Top 3 Plays. So, und auf Platz 3. Wen haben wir denn da? Da haben wir Lee. Ah ja, wo steht mit seinem Doven, ey? Der war wirklich nicht schön, ey. Hätte nicht mehr sein müssen. Und auf Platz 2. Mark Teixeira mit seinem Home Run. Der war echt gut. Oder war das da geil? Doch, das war ein Home Run. Oder nicht? Das ist geil. Und auf Platz 1. Mal gucken. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Alex? Ja, okay. Das war wirklich geil. Das hat mir nochmal so ein bisschen den Arsch gerettet. Der war gut. Muss ich wirklich zugeben. Sehr schön. So, dann wollen wir mal wieder speichern und, ne? Ja, 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 ja. Ach so. Auto. Auto, Auto, Auto. Äh, safe. Natürlich. Nein. Boah, hab ich sie zu schnell. Mein Gott, hab ich ja lange aufgenommen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Über meine Zeit. So, beim nächsten Mal. Also, spielen wir gegen die Phyllis am Montag. Äh, wir haben es, ach, um das nochmal zu erklären. Wir machen das jetzt so vielleicht. Mal gucken. Ein bisschen anders mit Minecraft. Ähm, aber ich denke mal, diesen Sonntag wird noch alles ganz normal hochgeladen. Weil wir wollen es vielleicht so machen, dass wir komplett sieben Tage die Woche Minecraft, alles was wir haben, immer hochladen. Weil das ist immer ein bisschen albern, ey. Einmal, äh, Sonntag, einmal Minecraft. So, nichts anderes. Dann wartet man eine komplette ganze Woche auf Minecraft wieder. Also ein bisschen scheiße. Darum müssen wir mal gucken, wie das so ist. Äh, ob es jetzt Sonntag schon ist. Ähm, also heute, äh, gestern. Scheiße, ich hab, nehm jetzt immer auf. Ach, ob es so ist am Sonntag, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, werdet euch selber überraschen lassen. Und ja, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Heute wieder ein sehr geiles Game gewesen, äh, Spiel gewesen. Oh, Game, kann man jetzt, können wir jetzt mal ein bisschen, ne. Und, ach, AJ Burnett, der ist geil. Genau, den meine ich. Ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gegen die Phillies. Philadelphia Phillies. Und, äh, ja, da würde ich sagen, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Bei MLB 2K11. Mit mir, Ingo Viva. Und, ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.